Hallo Freunde, willkommen im Restaurant Kompass Studio. Ich bin der Peter Graf und wir schauen uns heute ein Spezialthema an und zwar offene Weine. Wir können selbstverständlich auch offene Weine kontrollieren in unserer Standkontrolle und dieses Thema haben wir natürlich auch in unserem Handbuch drinnen. Und ich möchte das mit euch gemeinsam noch einmal Schritt für Schritt durchgehen. Wir schauen uns in diesem Video an, die Methoden, wie wir offene Weine kontrollieren können, wie wir ein Weinlineal herstellen. Dann werden wir gemeinsam ein Beispiel machen zur Kalkulation, wie wir einen offenen Wein litermäßig, also als Literartikel anlegen. Und wir werden in der Standkontrolle einmal den Stand für einen offenen Wein erfassen. Okay, schauen wir uns da einfach gemeinsam das Thema an. Bei den Methoden kann man gleich vorweg schicken, dass die Gewichtskontrolle mit einer Waage in der Regel beim offenen Wein eher weniger Sinn macht. Das hat zwei Gründe. Das eine ist einmal jener, dass wir beim offenen Wein den Vorteil haben, dass die Portionsgröße relativ groß ist. Also wir reden von der kleinsten Einheit bei einem Achtel oder bei einem Zehntel. Das ist in der Regel so die kleinste Verkaufseinheit von einem offenen Wein. Das heißt, diese Verkaufseinheit ist schon so groß, dass wir eigentlich mit einer optischen Kontrolle, mit einem Lineal und der Flasche arbeiten können. Und dass wir nicht mehr, so wie bei der Spiritose, bei der Spiritose ist ja anders, da haben wir ganz kleine Verkaufseinheiten von wenig CL, im Geisterfall ein bis zwei CL. Und da müssen wir natürlich sehr präzise arbeiten bei der Spiritose. Und beim Wein reicht uns eben, arbeiten wir mit einer größeren Verkaufseinheit, das heißt, wir können optisch arbeiten und den Verbrauch optisch messen. So, und für diese optische Methode stehen uns jetzt eigentlich grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Einerseits können wir ein Wein-Lineal selbst erstellen für jede offene Weinflasche, die wir im Programm haben. Damit können wir dann sehr schnell und einfach während der Standkontrolle den Flascheninhalt feststellen. Wie wir so ein Wein-Lineal produzieren, das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Die andere Variante ist, dass ihr einfach nach Augenmaß den Inhalt einer Weinflasche feststellt. Das ist durchaus möglich, wenn man erfahren ist und ein geschultes Auge hat. Jemand, der jeden Tag über Wochen, Monate und Jahre mit den gleichen Weinflaschen arbeitet, der wird auf einen Blick feststellen können, wie viele Achtel sind in einer 6-Achtel-Flasche, also in einer 0,75er-Standard-Weinflasche noch drinnen. Weil in einer 0,75er-Flasche klarerweise sind 6 Achtel drinnen und wenn sie halb voll ist, dann sind nur mehr 3 Achtel drinnen. Und so wird man dann auch sehr schnell die Differenzierung finden. Sind jetzt nur noch 2 Achtel drinnen oder sind 4 Achtel drinnen oder 5? Das wird man dann als Profi im Alltag sehr schnell feststellen können. Wenn man sich da allerdings nicht ganz sicher ist, dann sollte man wirklich mit dem Lineal arbeiten, insbesondere wenn auch unerfahrenere Kollegen mit dabei sind, die das noch nicht so auf einen Blick abschätzen können. Also die grundsätzliche Empfehlung ist eigentlich das Lineal, dass man mit dem sehr genau, sehr schnell und effizient den Inhalt der offenen Flaschen feststellen kann. So, wie stellen wir so ein Lineal her? Das können wir sehr einfach selber machen. Ihr könnt als Basismaterial eine kleine Holzlatte hernehmen oder einen Karton oder einfach auch ein Büromaterial, ganz einfaches Büro-Lineal. Das kann man mal als Basis her nehmen, so ein Büro-Lineal. Und in der Regel findet man mit einem 30 cm Lineal das Auslangen, weil nur wenige Flaschen sind größer, sonst nimmt man halt ein größeres Lineal. Aber in der Regel ist ein 30er Lineal von der Größe her wirklich ausreichend. Und der erste Schritt ist einmal, dass man sich ein entsprechendes Lineal eben besorgt für jede einzelne Flaschenform. Wir brauchen für jede Flaschenform ein eigenes Lineal. Wenn ihr von einem Weinbauern zum Beispiel mehrere Rotweine offen verkauft und diese Rotweine sind alle in der gleichen Flaschenform drinnen, dann braucht man natürlich für diese Flaschenform immer nur ein Lineal. Also da können wir ein Lineal für mehrere Artikel, wenn zum Beispiel der Blaufränkisch und der Zweigelt und der Cuvée alle in der gleichen Flasche drinnen sind, dann können wir natürlich ein Lineal für diese drei Artikel verwenden. Deshalb würde ich empfehlen, schreibt die Flaschenform und die verwendeten Artikel, für die man eben das Lineal einsetzen kann, schreibt es aufs Lineal hinauf, dass man es dann ganz eindeutig auch zuordnen kann. Okay, also wir haben einmal Lineal, wir haben es beschriftet und jetzt nimmt man dann einfach zur Definierung, zur Definition der Füllstriche und der Maße, stellt man einfach einmal die volle Flasche hin, stellt das Lineal daneben hin und macht einmal oben einen Strich beim Spiegelstand sozusagen für die volle Flasche und schreibt daneben einmal den Füllstand 0,75 daneben hin. Dann entnimmt man einfach eine Portion raus, je nachdem in welcher Portion ihr es verkauft, sind es 0,1, also 0,1 ist ein Zehntel oder ist ein Achtel, 0,1,25, entnimmt eben eine Portion, macht den nächsten Füllstrich, schreibt daneben den nächsten Füllstand hin. Das wäre dann 0,6,25 als der nächste Füllstrich dann und Füllstand. Und das gleiche wiederholt man dann einfach noch einmal, entnimmt wieder Produkt, macht wieder einen Füllstrich, schreibt den Füllstand in Dezimalzahl daneben hin, solange bis die Flasche klarerweise leer ist. Und dann hat man ein Lineal für einen bestimmten Flaschentyp erstellt. Ja, das wiederholt man, wie gesagt, das sind diese fünf Schritte zur Erstellung eines Lineals. So, jetzt haben wir also unser Weinlineal, wir können dann sehr schnell und einfach feststellen, wie viel Inhalt in einer offenen Weinflasche drinnen ist. Jetzt legen wir im Programm Restaurant Kompass einfach einmal einen neuen Wein, einen offenen Wein als Literartikel an. Da geben wir es erst jetzt her, also wie gesagt, in Modulkalkulation, fügen eine neue Zeile hinzu, sofern wir noch keine neue haben und wir fügen da jetzt einfach einmal ein den Zweigelt Literware jetzt, also den wir als Liter abrechnen. Das heißt jetzt nicht, dass die Flasche Liter ist, sondern das ist nur der Hinweis, dass wir ihn als Liter abrechnen. Und dann fügen wir eine PLU-Zahl ein, irgendeine Beispielzahl. Als nächstes brauchen wir die Kategorie. Das ist sehr wichtig, dass wir hier die richtige Kategorie wählen. In dem Fall ist es eben Wein. Und hier dann die Abrechnungseinheit. Und hier ist es eben ein offener Artikel, also ein offener Wein. Und den kontrollieren wir nach Liter. Also hier ist wichtig, dass man auch die richtige Abrechnungseinheit wählt. Wir hätten ja sonst noch Stück, Zählung, Kilogramm. Aber in dem Fall brauchen wir eben Liter. Und das Liter heißt natürlich dann auch, dass beim Wareneinsatz und beim Verkaufspreis brutto jeweils der Literwert angegeben sein muss. Und das machen wir eben jetzt gemeinsam, dass man das ganz klar nachvollziehen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich hier bei Service Minuten, könnt ihr euch überlegen, wie lang braucht das Service, um einen Liter Zweigeld zu servieren, in einzelnen Portionen. Wenn da jetzt acht Achtel klarerweise drinnen sind, und ihr braucht es im Schnitt eine Minute für ein Achtel, sage ich mal, zur Verarbeitung, dann wären das dann acht Minuten, die das Service braucht für eine Literflasche. So, jetzt sind wir beim Wareneinsatz. Und jetzt ist mir erstens wichtig, dass wir den Wareneinsatz, den Nettoeinkaufspreis heranziehen. Und zweitens mal, wie erwähnt, dass wir den Einkaufspreis auf einen Liter hochrechnen. Und da haben wir hier unser Beispiel für die Kalkulation. Das heißt, hier haben wir den Einkaufspreis für eine 0,75er Flasche. Der wäre jetzt 2,5 Euro. Netto 2,5 Euro für den Einkauf der 0,75er Flasche. Und jetzt brauchen wir allerdings den Wert für einen Liter hochgerechnet. Und das geht ganz einfach. Also wir nehmen her den Einkaufspreis, dividieren ihn durch die gebinde Größe, 0,75. Ergibt dann 3,33 Euro pro Liter. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, unser Einkaufspreis pro Liter ist 3,33 und das tragen wir da ein. So, als nächstes brauchen wir die Mehrwertsteuer. Für Deutschland sind es jetzt 19%. So, dann geht es weiter. Verkaufspreis brutto. Und das ist jetzt auch wichtig, Liter. Das muss natürlich auf einen Liter hochgerechnet sein. Da haben wir wieder unser Beispiel. Beispiel, wir haben jetzt den Verkaufspreis für ein Achtel Wein auf unserer Karte für diesen Zweigl mit 3 Euro. Also ein Achtel kostet in unserem Beispiel jetzt 3 Euro. Und jetzt brauchen wir natürlich für die richtige Kontrollrechnung brauchen wir den Literpreis. Das heißt, wir nehmen unseren Portionspreis, 3 Euro, dividieren ihn durch die Portionsgröße. Das sind dann die 0,125, also ein Achtel. Und wir bekommen den Verkaufspreis von 24 Euro pro Liter. Und das ist der Preis, den wir dann hier eintragen. Also hier haben wir dann jetzt 24 Euro pro Liter. So, und jetzt ist unser Artikel, der Zweigl Liter, fertig angelegt. Wir haben also hier einen Warnleiter von 17% für einen Liter EK von 3,33 und einen Liter VK von 24 Euro brutto. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir den in einem Stand zuweisen können. Jetzt machen wir da einfach den Stand 3 und wir wählen aus den Zweigl Liter. Jawohl, haben wir da, haben wir jetzt eine PLU-Nummer übernommen, Kategorie und Einheit. Und wir sehen hier Einheit Liter. Das ist natürlich jetzt für uns hier der Hinweis für den Anwender in der Standkontrolle, dass wir diesen Artikel natürlich auch dann in Liter hier angeben müssen, was Anfangsbestand, Fassung, Eigenverbrauch und Endbestand betrifft. Das heißt also, diese Zahlen, die wir hier eingeben in diese Standdaten, Anfang, Fassung, Eigenverbrauch, Ende, das muss jeweils die Literangabe sein. So, also wir machen jetzt hier ein Beispiel für den Stand. Wir sagen jetzt, wir haben eine offene Flasche, die ist zur Hälfte gefüllt. Und zwar zur Hälfte ist eine 0,75er Flasche, die ist zur Hälfte gefüllt. Also sind noch drei Achtel drinnen, das heißt, diese Flasche hat noch einen Inhalt von 0,375 Liter. Das stellen wir entweder mit Augenmaß, weil wir geschult sind und uns das gut einschätzen können, oder eben, wenn man es genau und sicher machen möchte, mit einem Weinlineal. Messen wir das, halten das Lineal, nehmen die Flasche und sehen, okay, 0,375 ist der Flascheninhalt. Und jetzt müssen wir noch schauen, haben wir vom gleichen Artikel, da werden wir wahrscheinlich mehrere Flaschen im Stand haben, von dem gleichen Zweigl. Ah ja, wir haben noch geschlossen, wir haben noch zwei Flaschen, haben wir noch im Stand drinnen. Die haben jeweils einen Inhalt von 0,75. Das heißt, die geschlossenen Flaschen haben noch einen Inhalt von 1,5. Das muss ich zusammenrechnen mit dem Inhalt der angebrochenen Flasche. Das heißt, ich komme auf einen Gesamtinhalt von 0,375 plus 1,5 ergibt insgesamt einen Produktinhalt von 1,875. So, und jetzt weiß ich, okay, das ist jetzt der Stand 1,875. So, und jetzt gibt es da eine Information für euch. Wir sehen, wir geben jetzt eine dreistellige Zahl und machen Enter und er weist uns eine, er rundet auf zwei Stellen. Aber das macht er nur optisch, diese Rundung zur Information. Ich mache das nochmal kurz mit einem Beispiel. Wenn ich jetzt eingebe 0,125, dann rundet er optisch auf zwei Stellen. Und wir sehen hier, er gibt uns einen Umsatz von 3 Euro. Das ist genau der Preis für ein Achtel. Wenn ich da jetzt allerdings eine Zahl eingebe von 0,13, dann kriegen wir nämlich einen anderen Verkaufspreis von 3,12. Das heißt also, wir geben das richtig ein, so wie es ganz normal gehört. Und keine Sorge, er rechnet das richtig, auch wenn er optisch auf eine zweite Dezimale rechnet. Also das schadet nicht. Das ist nur, dass man es optisch besser erkennen kann. Ist das einfach auf zwei Dezimalen, nur optisch gerundet. Tatsächlich rechnet er mit allen Dezimalen. Okay, also wir sagen jetzt, wir haben jetzt dieses Beispiel von 1,875. Und wir sagen, wir haben noch eine Flasche dazugefasst von 0,75. Etwas 0,75. Und wir haben vielleicht ein Achtel verschüttet. Das wäre dann 0,125. Und dann haben wir einen Endbestand von mir noch von einer halben Flasche. Also einen halben Liter. Da wären dann noch, ein halber Liter wäre noch in der Flasche drinnen. Also 4 Achteln. Das tragen wir noch ein. Und das heißt, wir haben genau einen Verbrauch jetzt in dem Beispiel von 2 Litern. 2 mal 24 ist dann 48. Und so handelt man den offenen Wein als Literprodukt. Ja, es steht wie gesagt noch einmal alles zum Nachlesen im Handbuch genau drinnen. Wie gesagt, nur bitte daran denken, dass ihr einfach hier bei einem Literprodukt, wie zum Beispiel beim offenen Wein, dem wir einen Liter abrechnen, auch die Werte Wareneinsatz und Verkaufspreis in Liter hochrechnet und berücksichtigt. Okay. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute und viel Erfolg.